Mein erstes Preview-Special. Als Teil des EA Creator Networks habe ich vorab Zugang zum neuen Erweiterungspack PferdeWrench bekommen, um dir zu zeigen, was da so eigentlich auf uns zu galoppiert. Und vielleicht als kleine Entscheidungshilfe, ob sich das Pack überhaupt lohnt. Das ist übrigens nur ein Video von meiner Preview-Reihe zu PferdeWrench. Abonnieren, Glocke an und ein Like wäre halt auch ganz cool. Vielen Dank an die EA und euch ganz viel Spaß mit den Videos. Der Kaufmodus. Eine meiner absoluten Lieblingskategorien, wenn wir ein neues Pack für die Sims bekommen. Da ist immer alles so neu und aufregend. Und ich habe direkt tausende neue Grundstücke im Kopf, die ich unbedingt mit diesem Pack mal ausprobieren und bauen möchte. Und natürlich ist es so auch wieder. Ich sehe jetzt schon von meinem geistigen Auge eine PferdeWrench oder ein Saloon oder ein Restaurant im Western-Stil. Auch wenn man dafür auch Gaumenfreuden braucht. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ist ja nicht so, dass meine Bauliste nicht ohnehin schon super lang ist. Und jetzt wird sie einfach noch länger. Mir ist übrigens aufgefallen, dass es in Chestnut Ridge, so heißt übrigens unsere neue Welt, es sehr, sehr hell ist. Also die Sonne ballert auf jeden Fall richtig gut. Gut für uns, toll für unsere Sims. Aber für helle Texturen schwierig. Ich habe versucht, die Sonnenentstellung noch mal ein bisschen hinzukriegen. Aber wenn ich eine andere Tageszeit genommen habe, wurde es irgendwie gefühlt zu dunkel. Und dann haben wir jetzt doch wieder die richtig schöne Sommersonne auf unseren Möbeln, auf unserem Mobiliar. Wenn es zu krass wird, switche ich auch noch mal auf das Dunkere, damit ihr die Textur noch besser sehen könnt. Weil die sind absolut sehenswert. Die sind so schön gestaltet. Wir haben kitschige Versionen, wir haben neutrale Versionen, farbenfrohe, eher unbuntere. Also das ist irgendwie für alles was dabei. Ich meine, seht euch alleine mal diese Schäfchenbettwäsche an. Die ist so schön. Wir haben was mit Schäfchen, wir haben was mit Pferden drauf. Und ich finde es sehr schön und sehr erfrischend, dass wir auch wieder Hochbetten dazu bekommen haben. Auch so, dass man die wirklich stapeln kann, dass man ein Bett noch drunter stellen kann, dass man Möbel drunter stellen kann, wie zum Beispiel hier den neuen Schreibtisch, den wir bekommen haben. Aber auch eine neue Kommode passt da drunter, wenn man das jetzt hier nicht sieht. Und ich finde das immer so schön, wenn wir auch für Kinder so was Neues kriegen, weil so Hochbetten, Stockbetten sind für mich immer eher so ein bisschen was für Kinder oder für Wohnheime. Oh mein Gott, wir müssten auch einfach mal so ein Ferienhaus bauen, so ein Ferienhof, so ein Ferienpferdehof, so Richtung Jugendherberge oder so. Da sehe ich das absolut drin. Das müssen wir auf jeden Fall bauen. Wir müssen so vieles bauen. Es sind so schöne Objekte. Wir haben hier ein Stallbett für die Pferde und für die kleinen Ziegen und Schäfchen. Wir haben wieder Schlafsäcke drin, für die Größe ab Kinder und für Kleinkinder mit super niedlichen Motiven. Und ich muss sagen, ich habe die Schlafsäcke echt lieb gewonnen. Wir haben ja im vorherigen Pack in Zusammenwachsend ja auch schon welche bekommen, für quasi alle Altersstufen bis auf Säugling. Und ich liebe die. Die sind so praktisch. Die Sims schlafen wunderbar darin. Die bekommen meiner Erfahrung nach bisher tolle Mutlets davon. Und es ist so praktisch. In dem Video, wo ich getestet habe, ob ein Sims-Kind alleine leben kann, habe ich ja so ein bisschen Runaway-Kit quasi gespielt. Und der Schlafsack war dann absoluter Game-Change. Deswegen liebe ich es, dass wir jetzt neue Motive und neue Modelle an Schlafsäcken dazu bekommen haben. Auch hier muss ich wieder sagen, ich finde diese Holzsäcksturen so schön gemacht. Die sind so richtig, ja so prärealistisch aus, kann man das so sagen. Ich liebe auch dieses Kuh-Muster. Oder generell diesen Musterstuhl, wo wir ja so viele verschiedene Sachen auch mitbekommen haben. Den Hocker finde ich auch richtig schön, weil sowas an der Art haben wir so qualitativ auf jeden Fall noch gar nicht. Das Sofa, da finde ich immer richtig schön, wenn wir auch so ein paar Kissen oder Decken dazu bekommen. Also nicht nur so plastisch, einfach Sofa, wo man sich drauf sitzen kann. Sondern einfach auch so ein paar Details, so ein paar Deko-Objekte, die da irgendwie noch drauf liegen, dass es auch alles so ein bisschen gemütlicher wirkt. Dann haben wir noch eine wunderschöne Terrassenbank bekommen. Also ich werde, glaube ich, jetzt auf jede Terrasse einfach stellen. Auf jeden Fall in dieser Welt. Eine schöne hölzerne Bank für draußen, so am Lagerfeuer. Finde ich auch richtig schön, weil sich das auch so ein bisschen unterscheidet von dem, was wir im Autoleben bekommen haben. Einen kleinen, hölzernen Hocker, den werde ich auf jeden Fall im Badezimmer stellen. Ich finde das immer so süß, so für Kinder, dass sie halt auch so an die Waschbecken rankommen, so Zähne putzen und so. Und ich finde die Objekte generell richtig schön ausgearbeitet. Ich finde, wir hatten lange kein Pack mehr, was so wirklich detailliert war. Nicht nur von der Menge, was wir auch bekommen haben durch den Erweiterungspack, sondern auch einfach von den Texturen. Weil das letzte Mal, als wir so richtig schöne, so herausstechende Texturen bekommen haben, war, glaube ich, ab ins Schneeparadies. Ich meine, ich liebe auch die anderen Packs. Also Zusammensachsen ist auch einer meiner absoluten Lieblingspacks mittlerweile geworden. Aber da ist jetzt keine Textur so hängen geblieben. Die Objekte sind auch wunderschön, keine Frage. Aber dieses Holz-Thema, dieses Used-Holz-Look, finde ich halt hier in diesem Pack absolut großartig. Wir haben natürlich auch wieder ein bisschen Klatterkram bekommen. Und alle, die mich eventuell schon ein bisschen länger verfolgen, wissen, ich liebe Klatter. Man kann nämlich nie genug Deko haben, denn diese kleinen Details hauchen so Gebäuden und Grundstücken erst richtig Leben ein. Wir haben neue Esstische, einen runden Esstisch und einen großen, länglichen, wo auf jeden Fall viele Sims dran passen. Für unsere neuen Events sind wir durch das Gameplay dazubekommen, denn wir haben nochmal neue Möglichkeiten bekommen, unsere Nachbarn und Freunde einzuladen. Eine neue Tischlampe mit wunderschönem Lampenschirm. Und ihr seht da schon dieses Körbchen. Und ich hatte schon gehofft, dass wir irgendwie so eine Korbbindefähigkeit dazubekommen oder so. Dem ist leider nicht so. Es ist nur ein Deko-Körbchen, aber ich finde ihn trotzdem so, so, so schön. Aber vielleicht ist das doch etwas, wo wir in Zukunft drauf hoffen können. Auch hier seht ihr wieder, die hölzernen Töne und Farben dominieren so mit leichten, pastelligen, grün, blau, gelb, rot. Also wir haben jetzt nicht nur Holz-Texturen, sondern auch ein bisschen was Bunteres. Aber die Holztöne dominieren dann natürlich doch. Für mich ist das auch weniger ein Pferdepack. Natürlich auch. Das Erweiterungspack heißt Pferdrange. Aber für mich hat das sehr, sehr viel Western-Charme. Ich kann beispielsweise eigentlich nicht so viel mit Pferden anfangen. Ich bin früher zwar als Kind mal geritten und meine beste Freundin hat auch ein Pferd, ein eigenes. Das heißt übrigens Etienne. Liebe Grüße an der Stelle, falls du das siehst. Aber ich bin einfach so ein Katzenmensch. Kann man das so sagen? Kann man das vergleichen? Aber dennoch kann ich dem Pack unglaublich viel abgewinnen, auch wenn Pferde jetzt nicht so mein Thema sind. Aber so dieses Western mit Gemeinschaft und Grillabende und Freunde einladen, Freunde einladen mit ihren Tieren. Wie cool ist das? Das haben wir bisher überhaupt noch nicht die Möglichkeit. Und jetzt haben wir die dazu bekommen. Das Mobiliar, die Möbel, die Objekte, die wir dazu bekommen haben, sind so schön ausgearbeitet. Ich weiß, ich wiederhole mich an der Stelle. Aber ich bin wirklich obsessiv diesen Texturen gegenüber. Ich liebe die Modelle, dieses ältere, dieses Landhaus-Leben-Stil, aber weniger kitschig als Landhausleben. Ich weiß nicht, so die Objekte unterscheiden sich halt von Landhausleben, passen aber super so in dieses Ambiente, in diese Äthetic hinein und ergänzen sich und dieses Rustikale. Oh Leute, das ist einfach total meins. Ich liebe es. Die Kleidung, die ihr da seht, das dient als Garderobe. Also da kann man halt auch Outfit planen, Outfit wechseln, sowie eine Kommode die gleiche Funktion. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Packs. Mit wunderschönen Ranch- und Western-Outfits. Ein neues Badezimmerschränkchen und eine Garderobe, wo man auch die Kleidung reinhängen kann. Nur ein bisschen geschlossener und weniger offen, sondern mit Wandrücken. Schrankrücken. Ich glaube, Schrankrücken ist das korrekte Wort. Und hier seht ihr auch schon, die Möbel passen farblich alle sehr gut zusammen, weil es ist natürlich packintern. Wäre traurig, wenn die nicht zusammenpassen würden. Dieses Nektar-Regal finde ich auch richtig schön, mit Wein, den man lagern kann. Das ist ja kein Wein, Alkohol gibt es im Zins ja nicht, aber Nektar. Und wenn man Nektar bei Sims lagert, Nektar verhält sich halt wie Wein in unserer Welt. Je länger man das lagert, desto besser wird die Qualität. Und deswegen finde ich auch schön, dass wir nicht nur Lagermöglichkeiten haben, für den Nektar, den wir produzieren, sondern auch so ein bisschen mehr diesen Deko-Charakter auch haben. Dass wir nicht Nektar produzieren müssen, um damit zu dekorieren, weil müsst ihr dann irgendwann auch ablaufen und weggammeln. Muss ich nochmal ausprobieren. Hier seht ihr auch die Nektar-Regale, die wir selber befüllen können, mit dem Nektar, den wir selber produzieren. Das heißt, diese Regale haben ein Inventar. Man kann die stacken und stapeln. Und ich glaube, die haben unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten, wie man die dekorativ zur Geltung bringen kann. Dann haben wir noch ein süßes, kleines Radio dazu bekommen, was ich einfach mal auf das neue Klavier draufgestellt habe. Welches auch lange überfällig war, dass wir wieder so ein Klavier bekommen haben, was wir einfach so schön gerade an die Wand stellen können und was halt nicht so, also was halt so ein normales Klavier ist und nicht so ein Flügel, wie wir das so aus dem Basisspiel und so weiter kennen. Deswegen absolut großartig. Ich habe auch geguckt, ob wir hinten wieder Sticker drauf haben. Haben wir leider nicht. Ich weiß nicht, ob leider oder ob ich das gut finde. Aber ja, eigentlich finde ich das gut, dass wir jetzt auch so eine neutrale Version davon haben, weil wir im letzten Pack ja eine sehr bunte bekommen haben. Ich finde, das passt schon gut. Das ergänzt sich gut. Dann haben wir eine neue Tanzfläche bekommen, in drei Größen. Auch wenn ich die hier jetzt nur in einer Größe gezeigt habe, weil das halt einfach die gleichen Farboptionen sind. Eine neue Bar. Ein wunderschönes Bar-Schränkchen. Wobei, das ist kein Schränkchen. Das ist ein wuchtiger Klopper von Schrank. Aber ich finde ihn toll. Wir müssen einen Salon bauen, Leute. Ich glaube, das wird das erste Bauprojekt sein, was ich hier mache mit diesem Pack. Dann diese Kiste, die ihr da seht. Die hat ein Inventar. Da kann man Sachen reinpacken, wie zum Beispiel Pferdemist. Super Dünger. Und was rauskommt, muss vorher natürlich auch rein. Und da haben wir dieses wunderbare Perigras, was man platzieren kann. Das wächst, wie ihr hier seht. Und das kann man dann auch ernten. Und man kann sogar Sachen daran finden. Also probiert da gerne mal ein bisschen rum. Dann haben wir natürlich weitere Deko-Objekte mit Schild, neuen Gartenzwerg, eine Fahne, eine neue kleine Kiste, wie diese Erinnerungskisten. Da kann man auch kleinere Objekte reinstellen und verstauen. Hat also auch ein Inventar. Dann wieder ein bisschen Deko-Kleinerkram für unseren Nektarkeller. Und wir haben ein neues Mobiliar bekommen für ein Badezimmer mit einer schönen rustikalen, aber schön verarbeiteten Badewanne, einem Waschbecken und einer Dusche, die so schöne Farboptionen hat. Zum einen die Kanten und dieses Steckmuster, was man oben drauf sieht. Aber das besondere Highlight sind einfach die Duschvorhänge. Dann haben wir natürlich noch ein passendes Toilettenhäuschen dazu bekommen in verschiedenen Farben. Dann ein Pferdeanhänger, der natürlich nur Deko ist, weil wir haben ja auch keine Autos. Aber ich finde ihn trotzdem sehr schön. Das ist ein schönes Detail. Dann ein Haufen Fässer, finde ich wahnsinnig toll. Ein Schild, welches ihr auch in der Welt verteilt überall findet. Dann das neue Gameplay-Objekt, die Nektar-Maschine, wo ihr Nektar selber herstellen könnt. Sachen für die Pferde, wie die Pferdetränke oder eine Heuraufe, welche ihr übrigens auch mit eurem geernteten Pririras füllen könnt. Wenn ihr keines habt, könnt ihr das aber auch ganz normal für Simoleons auffüllen. Hauptsache eure Tierchen haben Hoppa-Hoppa. Dann dieses wunderschöne neue Puppenhaus im Scheun-Stil. Und hier habe ich spontan nochmal die Sonne untergehen lassen, um euch die Teppiche besser zu zeigen. Weil die haben so schöne Muster. Guckt es euch an. Einfarbige oder zweifarbige, bunte, mit süßen Motiven, mit neutraleren Motiven. Wir haben Heul dazu bekommen in verschiedenen Varianten. So einen kleinen, super niedlichen Kinderteppich in Tierform. Und natürlich auch noch was für die Pferde. Nämlich ein großer Ball in vielen verschiedenen Farben, mit dem die Pferde einfach spielen können. Und die Animation ist so niedlich. Dann haben wir einen neuen Grill dazu bekommen. Beziehungsweise Grill ist untertrieben. Das ist eine richtige Grillstation. Und im Grunde zwei neue Lampen, aber in verschiedenen Ausführungen für verschiedene Deckenhöhen. Da gehe ich auch nur einmalig alle Farboptionen durch und zeige euch dann nur, dass die anderen Lampen, die halt genau gleich aussehen, genau die gleichen Farboptionen haben. Sind aber sehr, sehr schöne Lampen, besonders der Kronleuchter und den Kerzen. Gefällt mir sehr gut. Dann knipse ich das Licht mal wieder an und zeige euch den Rest unserer neuen Küche. Ihr habt die ersten beiden Bodentheken ja vorhin schon gesehen und jetzt zeige ich euch die Wandtheken. Wenn wir neue Theken dazu bekommen, ist es ja immer so ein ganzes Set und ich finde das so großartig. Ich liebe es sowieso immer sehr, wenn wir neue Küchenteile dazu bekommen. Wie ihr seht, sind wir jetzt bei den Wandobjekten. Mit einem wunderbaren Vordach. Kann man immer gut gebrauchen für die Außengestaltung. Neuen Vorhängen, neuen Bildern. Und mein Highlight ist auf jeden Fall unten dieses Topf-Set für die Wand mit den Regalbrettern. Finde ich richtig schön. Und ich finde generell, wir haben einige, wirklich einige neue Objekte dazu bekommen. Diesen kleinen Wandteppich finde ich irgendwie total niedlich. Die Motive gefallen mir richtig gut. Aber auch dieses Badezimmerregal, was daneben ist. Also ich denke mal, das ist so fürs Badezimmer. Kann man natürlich auch überall anders platzieren. Aber für mich ist das so ein kleines Medizinschränkchen. Wie würdet ihr das sehen? Was ist so euer Eindruck von diesem Wandregal? Also für mich ist das einfach ein Badezimmerschränkchen. Wir haben eine neue kleine Lampe bekommen. So eine kleine Laterne zum Aufhängen für an die Wand. Und diesen Schädel. Was ist das? Ein Ochsenschädel? Ich habe keine Ahnung. Aber die Hörner sehen so cool aus mit diesen Farbverläufen. Das finde ich richtig, richtig geil, muss ich sagen. Also es passt sehr zu diesem ganzen Stil. Wir haben zwei neue Garderobenregale bekommen. So für Außen. So für Hüte und Schaufeln. Einfach so ein bisschen was für den Gartenbereich. Ein neues hölzernes Bild. So ein Panelenbild. Heißt das so? Wie heißt das? Ein neues Banner, um die Pferdeaktivitäten zu promoten. Und zwei neue Kamine. Einmal so einen kleinen eisernen Ofen und dann so einen richtig schönen, großen, steinernden Kamin. Wo man sich abends so richtig schön vorlümmeln kann. Wir haben neue kleine gusseiserne Schildchen. So mit den ganzen Tieren, die es gibt. Also wenn ihr auch Landhausleben beispielsweise habt, das Erweiterungspack. Da kann man ja auch Kühe und Lamas haben. Die Schilder gibt es hier dafür auch. Falls man so wirklich ein komplett einheitliches Farm-Gameplay haben möchte. So mit allen verfügbaren Tieren kann man das jetzt auch zeigen. Und wir haben Ranch-Tore. Heißen die Ranch-Tore? Die finde ich auf jeden Fall richtig schön, weil die haben mehrere kleine Geheimnisse. Zum einen machen die natürlich ultra viel her, wenn man da irgendwie auf eine Farm fährt oder auf eine Ranch fährt und dann erst mal so ein großes Ding sieht. Macht halt schon Eindruck. Aber die haben auch Slots, dass man da was dranhängen kann oder aufhängen kann. Wie zum Beispiel die Zeichen, welche Tiere auf der Ranch oder auf der Farm überhaupt verfügbar sind. Und die Slots sind auf der Vorder- und auf der Rückseite vorhanden. Wie ihr seht, kann man nämlich auch nicht nur diese eisernen Schilder aufhängen. Und wenn man auf das Objekt draufklickt, kann man das sogar benennen und der Ranch einen Namen geben. Wie würdest du deine Ranch nennen? Und hier seht ihr die wunderbaren neuen Objekte auch für die Pferde. Die Reiter trainieren damit ihre Reitfähigkeit und die Pferde trainieren damit ihr Spring-Level. Übrigens eins von vier Pferdetrainingsfähigkeiten ist. Ich finde es auch schön, dass wir da eine optisch teurere und eine optisch günstigere beziehungsweise einfache Variante von haben. Dann seht ihr hier die Fässer. Da gibt es auch zwei Varianten von, funktionieren aber auch beide gleich. Und die Fässer trainieren die Beweglichkeit eures Pferdes. Beide Objekte können aber auch kaputt gehen, aber die kann euer Sim dann auch relativ easy wieder reparieren. Das ist der gesamte Kaufmodus. Den Debug habe ich bewusst weggelassen, damit ihr selber auch noch einige Sachen entdecken könnt.